Hier so ganz kurz, zack. Hallo zusammen, ich habe heute das Pro-Set von der DSA für euch. Unser Sparpaket im High-End-Segment. Fangen wir an mit dem Herzstück der DSA. Die wirkliche Neuerung im Markierer-Bereich des Jahres. Nicht irgendein Facelift, nicht irgendein Update, sondern wirklich innovativer, neuer Markierer. Was sind die großen Innovationen? Das ist einmal auf jeden Fall das ARC-Bolt-System. Ihr kriegt hier hinten einfach diesen Knopf reindrücken. Das ist das sogenannte Quick-Release-Bolt-System. Von daher die ARC-Engine raus. Ein extrem lufteffizientes Bolt-System, wie man so schön sagt. Was ist daran die große Innovation? Vom ASA durch den Hyper-6-Regulator, durch das neu designte Solonaut, geht die Luft wirklich auf einem geraden Wege direkt in die Bolt-Engine und gewährleistet damit, dass es wirklich sanft, ganz, ganz sanft und sehr präzise vor allem ist. Ja, hier vorne der Fore-Grip, der Front-Grip sozusagen, da saß ja früher der Regulator drin. Jetzt verbirgt sich hier nur noch die Batterie. Ihr nehmt einfach ein 5-Cent-Stück, ein Schraubenzieher, was ähnliches. Dreht hier vorne einmal um 180 Grad und könnt dann das Teil einfach abnehmen. Hier kommt der 9-Volt-Block rein. Ist auch im Lieferumfang des Markierers enthalten. Und dann ist der Markierer spielbereit. Wirklich schön, das 45-Grad-Griffstück, bekannt von Dai. Ist im Prinzip, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ist im Prinzip wie nach Hause kommen. Ist auch wirklich so. Das Board, was den Markierer steuert, ist das Method Operating System, das sogenannte Moss aus der M2 und wird gesteuert über den Joystick, 5-Wege-Joystick, sehr, sehr angenehm zu bedienen. Auch mit so etwas größeren Fingern wie meinen. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Markierer. Ich habe ihn selber schon gespielt. Sehr, sehr lufteffizient. Unheimlich sanft mit den Bällen. Sehr präzises Schussbild. Auch schon mit dem vom Hause aus gelieferten Laufset. Wirklich schön. Einzellend liegt der Markierer, so wie er jetzt hier liegt in DaiCam, bei 9,74 Euro. Genau momentan, also etwa 980 Euro. In den anderen Farben, in denen er erhältlich ist, liegen wir bei 8,99 Euro. Also bei knapp unter 900 Euro. Das ganze Set, was ihr hier liegen seht, sind wir insgesamt bei knapp 1,350 Euro. Aber wir haben ja auch noch ein paar wirklich schöne Komponenten mit drin. Zum einen ist es hier farblich passend, auch ebenfalls in DaiCam, der R2 aus dem Hause Dai ebenfalls. Das ist die neue Innovation des letzten Jahres auf dem Loader-Systembereich von Dai. Was hier wirklich hervorzuheben ist, ist die sogenannte High-Capacity-Shell, die quasi mit eingebaut ist. Ihr drückt das hier nach hinten, zieht es nach oben und schwuppsdiwupps wird aus einem 200er Loader, ein 260er Loader. Also wirklich gerade so für einen Breakout sehr angenehme Geschichte. Ansonsten auch schon wie der R1 und auch der LTR aus dem Hause Dai ist auch der R2 komplett werkzeugfrei auseinandernehmbar und wartbar. Ihr braucht also nicht irgendwo noch ein Schräubchen drehen oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich werkzeuglos verbaubar. Was sind noch große Geschichten beim R2? Es ist möglich, dass er euch den Ballstand anzeigt, beziehungsweise euch mitteilt, wenn der Ballstand zu niedrig wird, was für viele doch sehr angenehm ist, gerade bei dem doch relativ kleinen Sichtfenster des R2. Was ich auch noch sehr schön finde, hier hinten über eine dann rot aufleuchtende LED zeigt er einem an, wenn der Batteriestand alle ist, ist einfach, ich sag mal, im Loader-Bereich eines der Nonplus-Ultra-Produkte. Ja, das was wir noch haben, ist die Ultra-Light Ergo-Flasche 1,2 Liter aus dem Hause Dai. In dem Fall mit der Ergo-Variante, die ist ein kleines bisschen länger. Es gibt noch eine Variante, die ist ein bisschen kürzer und bauchiger. Kommt ganz drauf an, was ihr für ein Setup haben wollt. Die Flasche ist extrem leicht, ohne Regulator wiegt sie nicht mal 700 Gramm. Das ist wirklich ein Federgewicht. Und momentan haben wir drauf verbaut, den neuen 300-Bar-Regulator aus dem Hause Proto. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen 300-Bar-Regulator nehmen. Und der letzte Set-Inhalt ist die i5, in dem Fall ebenfalls passend in DyeCam. Mitgeliefert werden einmal ein Maskensack. Und was ich als Kameramann oder als Videotreibender sehr schön finde, gleich eine Aufnahme für eine Kamera. Da wird hier das Dai-Logo ausgetauscht. Das kommt dann hier außen dran, sodass ihr GoPro oder ähnliches direkt an der Maske festmachen könnt, ohne euch irgendwas zu basteln müssten. Haben die Leute mal mitgedacht. Was ist sonst für die Maske zu erzählen? Die ganz große Neuerung ist natürlich das Maskenstrap, was nicht mehr einfach nur auseinanderziehbar war, wie wir es von den alten kennen. Sondern man hat hier hinten das Drehrädchen, womit man dann die Enge oder Weite des Straps wirklich gut am Kopf anpassen kann. Auch durch den großen Wulst hier hinten. Das sitzt einfach sehr, sehr gut. Und ich bin hoch begeistert. Man braucht kein zweites Maskenstrap mehr. Die Maske bleibt einfach da, wo sie hingehört. Bei üblich ist das wirklich sehr ergonomisch angepasste Form, der Schaumstoff, der im Gesicht sitzt, passt auf ganz, ganz viele Gesichtsformen. Sogar meine. Normalerweise konnte ich Dai-Masken immer nicht tragen, weil sie irgendwo immer drückten. Hier durch den neu designten Schaumstoff wirklich klasse. Und auch, wie man hier sieht, für Brillenträger sehr gut gemacht. Die i5 weist vor allem auch einen größeren Schutz auf. Auch hier unten rum. Sodass die i4 hatte ja das Problem, dass sie ein bisschen klein war und eigentlich nur für kleine Köpfe war. Bei der i5 ist es so, letztendlich bei mir guckt nur noch unten der Spitzball draus. Der Rest ist gut geschützt. Hat also einen deutlich größeren Schutz, als es die i4 damals hatte. Und auch wie der i4 war das, bei der i4 war das auch schon so ein sehr, sehr gutes Belüftungssystem. Sodass die Maske eigentlich nicht mehr beschlägt. Was man auch aus dem Hause Dai kennt, ist, dass man mit den Masken wirklich gut hört. Auch die Earpads der i5 sind so designt, dass man guten Schutz hat. Selbst wenn ein Treffer direkt aufs Ohr geht, merkt ihr davon nicht viel. Aber ihr hört eure Teammates immer noch und auch sonst, was alles auf dem Platz vor sich geht. In der Maske verbaut ist das bekannte 290 Grad Glas von der i4. Ähnlich schnell zu wechseln. Hier zwei Handgriffe, ist das Glas ausgebaut. Das zeigen wir euch dann mal im Video einzeln über die Maske. Ja, das wäre der Setumfang. Wie ich finde, ich sage es jetzt mal einfach so, ein absolutes Pornoset. Wenn ihr irgendwie im High-End-Segment unterregt sein wollt, aber nicht ganz den High-End-Preis zahlen wollt. Hiermit seid ihr wirklich glücklich. Ich kann euch nur viel Spaß damit empfehlen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.